Hi, servus, grüßt euch. Willkommen bei der zweiten Staffel von heute Anni Banana. Die Bananen kommen tatsächlich aus dem Cheven Hütthausen Supermarkt. Hier haben wir diese wunderschöne Banane hier. Ein wenig mit dem Messer. Wir achten darauf, dass wir nicht zu tief einschneiden. Die Bräune, der Banane kommt jetzt so langsam zum Vorschein. Anni, Banane. Mh. 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 Mh.